Ich habe mich schon mit allem eingedeckt, was ich hatte. Und werde wieder nicht angezeigt. Wie auch immer. Wie auch immer, ja, ja. Okay, also die Russen sind auf jeden Fall unterwegs. Ich gehe zu... ...zu Peter. Ja, ich auch. Wir sind jetzt in Pre-Jump. Zwei leichte Schüsse für Peter. Ja, ja. Was denn? Meine Maus-Konfiguration... ...Execution hervorruhe. Und die Raven kommt von unten. Und ich bin... Ich bin jetzt in Pre-Jump. Nein, ich bin heute wieder. Nämlich! Ich bin der Korte schifft. Ich bin der Korte. ist wieder da oder ja für wie lang das weiß ich nicht die haben die mittlere mine gar nicht eingenommen bei uns und die executioner braucht auch nicht mehr viel wir haben uns gerecht jetzt schnell die mine einnehmen und verschwinden da sind sie schon wieder warum habe ich auch den gelben skin jetzt mensch nicht so gut zu sehen wir gehen wieder zu betta würde ich sagen ja wir können nicht zulassen dass sie jetzt noch die dritte mine hier holen in alpha haben sie die mine noch gar nicht aufgeteilt das haben sie bis jetzt noch nicht geschafft naja zumindest habe ich mal einen boost bekommen oh sie schießen beide auf dich mit raketen so Die Weapon-Systeme sind aufgelaufen. Gut. Ja, aber jetzt macht die EZQ schon an mich Platz. Noch ein bisschen. Ach Mist. Hast ihn kaputt gemacht? Ja. Ja, sehr schön. Also in Alpha sieht es nicht so gut aus. Ich stelle mich schon mal zu Gamma und schaue mal, wie es da aussieht. Okay. Mit den Gegnern. Gamma online in 30 Sekunden. Wir sind zurück in der Welt. Gamma online in 10 Sekunden. Ich nehme die Miene, aber ich schaue mich an die Gamma. Okay, ich komme zu dir helfen. Ja, am besten die Raven, weil die ist schon stark angeschlagen und ist jetzt kaputt. Bashi, hinter dir. Wo ist sie denn? In mir? Ach da. Ist gleich kaputt. Ja. Oh, Protector. Komm her. Komm her, Puschi. Sei ein Bravo-Protector. Paladin von uns ist fast kaputt, leider. Exekutioner gesprungen. Bis auf unser Paladin haben sie alle überlebt. Ja. Wir sind alle gute Jungs. Genau. Alle gute Hunde. Wo, wo, wo. Exekutioner wieder da. Nein, nein, nicht treffen. Uiuiuiuiui. Das war klar. Wer schießt so gut? Äh, Raven, oder? Ja. Wir sind nicht mehr in die Hunde. Wir sind nicht mehr in die Hunde. Wir sind nicht mehr in die Hunde. Okay, ich hab mich zu weit vorgebracht. Ich hatte so diesen Tunnelblick, den krieg ich noch. Sollte man als Infiltrator nicht machen. Nee. Jetzt fühle ich hier nicht. Ja. Schau, die Raven hätten wir wirklich noch zerstören können. Uff. Ich hab ihn. Okay, ich geh zu Beta. Wir haben zwar die Forward Station, aber... Wenn du nach Gamma gehst, kannst du nach Alpha 1 jimpen. Ja, ich weiß, aber es bringt ja nix. Wow. Ist besser, wenn wir die Mission, äh, Quatsch, die Mission, die Minen haben. Der Wirtan ist gesprungen. Okay. Ja. Ja, wenn er jetzt noch ne Boje setzen würde, können wir ja hinspringen. Macht er aber nicht. Er ist jetzt hier. Nee, so ganz kapiere ich nicht, was das werden soll. Das ist doch hier. Wir haben unlockt jump access to the enemy base. Oh yeah. Das ist gut gemacht. Springen. Einer von denen ist kaputt. Ja. Oh, da ist einer. Da ist auch ein. Protektor ist schwer unter Beschuss. Von mir. Unser Heiler war noch nicht da, kann das sein? Kann sein. Okay. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen zu risiko-bereit. Die Reaper ist fast kaputt. Wo ist er? Links von dir. Ah, zu weit weg. Bei unserer Leviathan. Aber ich dachte, für deine Raketen vielleicht. Nee. Vielleicht solltest du jetzt rausspringen. Du bist mit der Leviathan alleine. Hm. Nee. Ah. Von dich nicht. Zu spät. Das haben wir gleich Gamma. Das war der falsche Moment zu sterben. Wie lange noch? 30 Sekunden. Gamma online in 30 Sekunden. Die enemies capturen die Station. Scheiße. Vibration secured. Gamma online in 10 Sekunden. Gamma online in 10 Sekunden. Ah. In 6 graden. Ich komme. Noch einer. Ah ne, das ist unsere. Das ist unsere, dass sie lewört haben. Ich habe jetzt schon mit allem eingedeckt, was ich hatte. Und werde wieder nicht angezeigt. Wie auch immer. Wie auch immer, ja ja. Protector ist gleich kaputt. Haben wir auch. Der Heiler hat alles versucht mich zu retten. Es ging einfach nicht. Die sehen mich immer als leichtes Ziel und schießen auf mich. Das ist total unverschämt. Wie, pass auf, war es kaputt. Unten. Und Raven flieht. Oh man, ich habe eine negative Bilanz. Das wird immer besser. Wunci. Wunsch. Wunsch. Oh, ich gehe diesmal zur Alpha, ja? Okay. Oh, du tust das ja gar nicht in Bitter. Nee. Was gemacht? Was für eine unverzeihliche Sache hast du getan? Ich war da alleine, aber ich bin schon weg. Ja, ja, ich sehe es. Du fließt vor dem Feind, sehe ich richtig. Nee, nee, ich komme zurück. Ja, ja. Guck mal. Hallo Feind. Hallo Feind, genau. Protektor eingreifen. Ja, ja. Hab ihn. Juhu. Ich muss leider jetzt gehen. Bin auch Level 7. Ah, ja. Ah, immerhin. Den habe ich noch zerstört. Ich hatte ja auch kein Gamma. Ähm, der Guru ist noch ziemlich angeschlagen. Reaper ist das. Ja. Versuche ich zu ihm zu gehen. Oh, ich bin weit weg. Tja. Das sieht doch gut aus. Das ist doch gut aus. Ja, das ist doch. Das ist doch gut aus. Das ist ja gut aus. Das ist doch gut aus. Ach, habt ihr gerade zerstört. Oh, unser Paladin ist ziemlich kaputt. Wieder. Ja, der hat dasselbe Problem wie ich. Die greifen den immer an. Ja, der hat sich nicht mehr 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 an. Ja, geht doch. Hatte ich nicht gedacht mit dem schönen Start? Ja, gut, der Start war ein bisschen, naja, chaotisch. Bei mir lief es so zwischendrin so nicht so gut. Da bin ich ein bisschen auch zerstört worden. Ich habe auch die meisten Tickdowns und auch Captures. Juhu! Ja, das war bei mir nicht so gut, sagte ich ja. Ah, du hast sieben Captures. Seid der Beste. Ey, ey, ey. Ja, schon, aber sechsmal gestorben ist definitiv dreimal zu viel. Ja. Oder vielleicht sechsmal zu viel. Ja, eigentlich sechsmal, aber ich sage dreimal, weil das wäre dann so bei den anderen. Ja, so wie bei mir. Ja, genau.